Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Dieses Hauchen ist voll unheimlich. Was ist hier drin? Leuchtpistole? Sehr gut. Aber ich bleibe erstmal beim Revolver, weil die Leuchtpistole ist eine sehr mächtige Waffe, wie wir ja im Tutorial gesehen haben. Dann renne ich erstmal hier ein bisschen weg. Aber ich, ne, ich spare mir besser mit dem, das Rennen, weil, äh, das ist bestimmt, äh, nützlich. Jetzt muss ich durch den Wald. Vielleicht komme ich doch zu der Tankstelle irgendwie auf diesem Weg. Oh Mann, ey. Oh. Geht mir aus dem Weg, du verdammte Axtmörder. Ich hoffe, ich muss nicht die ganze Zeit, ähm, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Äh, ja, aber auf, was macht Munition in diesem Emergency-Ting, Emergency-Ting? In diesem Emergency-Teil. Das wüsste ich schon gerne. Aber hier ist auch noch irgendwas. Noch eine Seite des Manuskripts. Nehmen wir das mal. Und lassen wir es uns vorlesen. Wow, das ist aber ein weiter Sprung. Rose hat Tagträume von Ruhig. Rose wusste, dass sie in Schwärmerei verfallen war. Doch das war ihr egal. Was sie betraf, war ihr kurzes Treffen mit Alan Wake, der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie sah zu, wie er mit seiner Frau ins Auto stieg. Sie war hübsch, selbstbewusst, ungezwungen in Wakes Nähe. Nicht wie Rose. Sie passten perfekt zusammen. Sie hätte alles getan, um ihre Freundin zu sein. Oh, oh, das hört sich an wie so eine wahnsinnige Besessenheit jetzt schon so. Ich will dein Freund sein. Oder ich will deine Freundin sein. Für immer. Warum können wir keine Freunde sein? Dann muss ich dich töten, damit du tot bist. Und damit wir Freunde sein können. Für immer. Ahahaha. Ne, ernsthaft, das ist gruselig. Wo müssen wir denn hier weiter? Das ist so ein Greifding. Ich nehme mal an, hier runter. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht in Strom reinlaufen. Wow. Diese Frau. Diese Witwe. Ich weiß gar nicht... Was zum Teufel war das? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wo ich jetzt weiter hin soll. Also, ich weiß nicht. Runterspringen ins Wasser wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir ja wegschwimmen. Von dem ganzen Scheiß hier. Was ist das? Nichts. Nur geäst. Ganz ruhig. Äh, ganz ruhig. Wir kommen hier schon irgendwie raus. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Hat er eine Wasserphobie? Ach nee, er kann nicht schwimmen oder sowas. War das das? Sie hat Angst vor der Dunkelheit und er kann nicht schwimmen? Aber mit so, ähm, Wasser-Meer-Phobien ist auch nicht zu spaßen, weil die Leute werden panisch. Wenn sie nicht wissen, wie sie sich wirklich oben halten, das ist nicht witzig. Also macht mit niemandem Späße, der so eine Phobie hat. Weil das dann doch sehr unangenehm sein kann. Und deswegen macht das nicht. Ja, ob ich jetzt alle Seiten finde, das ist fraglich. Ich, ich ehrlich gesagt, weiß es nicht, ob ich das wirklich hinkriege. Scheint doch teilweise ein bisschen sehr verstreut zu sein. Genauso wie ich mit diesem Thermos kann. Ein, ähm, ja, ich geb mein Bestes. Äh, versprechen kann ich nichts. Okay, scheinbar muss ich doch gar nicht da lang. Wo muss ich denn sonst lang? Ich glaub, euch das angesammelte, angestammelte Zeugs. Okay, hier komm ich rüber. Boah. Die Chunk-Stelle ist auf jeden Fall auf der Seite. Aber ich kann hier auch rüber. Das hält. Wo, 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 wo. Meine Skriptseite. Ach, da ist eine Seite. Die hab ich gar nicht gesehen. Was ist es diesmal? Barrys Ankunft. Wer ist Barry? Ach, Barry ist, glaub ich, der Freund von, äh, von Alan. Wie ein guter Freund es eben weiß. Oder besitzt Alan irgendwie über das Shining und kann, äh, Barry rufen. Ähm, kennt ihr The Shining? Habt ihr den Film gesehen? Habt ihr das Buch gelesen? Wenn ja, schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich hab, wie gesagt, letztens den Film gesehen, ihr habt, mit dem wahnsinnigen Jack Nicholson, der Jack spielt. Was ganz lustig war. Oder ist, dass er eben ihn spielt. Was? Oh. Oh Gott, hab ich mich grad erschreckt. Aber mehr über das Geräusch als über die Person. Aber das ist ja oft so in solchen Spielen. Ich dachte, er war immer noch dort draußen. In der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Das ist ja oft bei solchen Spielen, dass, ähm, na, dass eigentlich durch die Soundkulisse eigentlich viel mehr Horror gemacht wird, als durch irgendwelche Bilder. Ist das da jemand? Sieht aus wie Beine. Wir sammeln hier fleißig Batterien. Ich hab noch nie eine reingesetzt. Ich bin halt so ein bisschen sparsam bei solchen Spielen meistens. Ist hier noch irgendwas? Da ist übrigens der Container, wo wir runtergeschubst wurden. Runtergestoßen. Also wo uns dieser Stucky mit dem Bagger hatte runterstoßen wollen. Na, jetzt geht's hier scheinbar weiter. Noch einen Kontrollpunkt erreicht. Okay. Woah, woah. Ah, verdammt. Okay. Das erste Mal, dass mich einer von denen erwischt hat. Ansonsten hatte ich mich, glaube ich, immer nur selber erwischt. Aber Munition sieht bis jetzt noch gut aus. Haben wir noch nicht zu befürchten. Haben ja noch zum Notfall immer noch unsere Leuchtpistole. Also die hebe ich mir vielleicht für diesen Stucky auf, falls der besonders schwer sein sollte. Dann ist das genau das richtige Mittel für den. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Ach nee, stimmt. Ich kann ja springen. Äh, ich trottel. Ich hab das Ganze vergessen, dass ich springen kann. Aber das vergisst man manchmal. Allzu gerne. Naja, ich glaub nicht, dass wir da hin müssen. Deswegen klettern wir mal. Hupsi. Oh, na. Komm schon. Genau. Hallo. Ich glaub dann gehen wir mal hier hoch. Okay, hier wird auch gesagt, vorsichtig hier betreten auf eigene Gefahr. Und natürlich sind wir wieder hier in einem scheiß Sägewerksansammlungsholz-Ding. Hier ist irgend so ein Mast, der festgehalten wird. Wahrscheinlich damit die Bäume nicht umfallen. Weiß ich nicht. Was man sich hier dabei denkt. Ich geh mal hier ein bisschen außen rum. Da ist noch ein Kasten, der wird uns helfen. Die Treppe war kaputt. Na toll. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Vielleicht müssen... Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal einen bauen. Machen wir hier nochmal auf. Sehr schön. Revolver-Munition. Genau das, was wir brauchen. Ach, ich kann nicht mehr tragen als 42 Schuss. Gut. Das heißt, ja, jetzt dürfen wir ein bisschen rumballern. Hey. Hier ist wieder so eine Pfeil-Nachricht für uns. Fragen wir mal den Pfeilen. Ich weiß bloß nicht immer, was das heißen soll. Man hört so ein Atmen. Kann sein, dass wir hier schon mal waren? Oder unsere Persönlichkeit, falls wir eine... ...geteilte haben? Und das hier alles... ...für uns schon mal geplant hat? Na komm, glatt da hoch. Beeil dich mal. Jetzt sind hier keine... ...Hinweise mehr. Ach, da oben ist ja noch eine Hütte. Gut. Besessene. Besessene. Die Taken sind... ...filled with darkness. Was sollte dieser Ausdruck? Besessene. 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 Okay. Ich weiß immer nicht, wo wir hier überhaupt sicher sein können. Oder ob wir hier sicher sind. Aber scheinbar... ...versucht uns da jemand... ...zu helfen. Mit diesen Nachrichten. Auch wenn dieses Atmen... Ich weiß nicht. Oder vielleicht sind wir das ja auch. Oh. Also ich will mal... ...würde gerne von euch wissen... ...ob ihr irgendwelche Ängste habt. Ich hab zum Beispiel ja nicht wirklich ne... ...naja, man kann es nicht Angst nennen. Aber ich kann ab auf den Tod Insekten nicht aus... ...kann ich echt nicht ab. Finde ich echt eklig und so. Und deswegen... ...nicht so gut. Hey, da ist ein Polizeiauto. Aber schreibt mal in die Kommentare... ...was ihr nicht mögt... ...oder... ...was ihr Angst habt. Hilfe! Polizei! Verdammt. Zum oberen Weg gelang. Ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie hochklettern. Verdammt. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich springen kann... ...und dadurch ja auch irgendwie klettern. Komm ich nicht hoch. Okay. Na ja, da gab es noch einen anderen Weg hoch. Gucken wir mal. Also mit der Taschenlampe brauche ich jetzt auch nicht sparsam zu sein. Hab ja 20 Batterien. Das sollte ja erstmal reichen. Ah, ich seh schon. Da muss ich scheinbar irgendwas bauen. So. Hier werden Bäume gespalten mit diesem Gerät, glaub ich. Äh, Baumstämme oder so. Oder raus... Ne, das sind... Genau, die sind zum Entwurzeln gedacht. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Ja, wo ist denn hier ein Kabel eigentlich? Das sieht eigentlich aus wie ein Generator. Aber scheinbar ist das keiner. Da hinten ist der Generator. Ich seh den schon. Aber klettern wir erstmal hier hoch. Weil von oben hat man immer einen besseren Überblick von der ganzen Szenerie. Und man ist ein bisschen sicherer. Also so auf der sicheren Seite quasi. Quasi. Quasi, Alter. Der quasi, Alter. Alter bei der Ausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, ich muss wahrscheinlich dann... Ah, ich verstehe. Ich muss den Kran dahin bedienen und dann kann ich hier rüber laufen. Verstehe. Kann ich hier runter springen oder bin ich dann... Aua. Großartig verletzt. Naja, nicht großartig, aber ein wenig zumindest. Wir sammeln noch diese Thermoskanne hier ein. Ich weiß gar nicht, was man mit diesen ganzen Thermosflaschen anfangen soll. Vielleicht ist das ja für so einen Bauarbeiter-Picknick gedacht. Oder Truckerfahrer-Picknick. Weiß nicht. Ja, ich habe ja den Generator schon gesehen, deswegen laufen wir da mal ein bisschen schneller hin. Da war ein Kamera. Noch ein komisches Geräusch. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich verpasse den Horror. Weil ich da einfach gerade momentan nicht hinkomme. Kommt schon, ich habe keine Angst vor euch. Ich meine, ich habe... Ich habe Munition. For real, mein Freund. Mein Freund. Schade, dass Headshots... ...hier nicht so viel bringen. Okay, die Batterie... Das ist komische Batterien, ey. Die füllen die Taschenlampe nicht mal komplett auf, sondern nur so ein bisschen zur Hälfte. Bevor ich jetzt diesen Generator antrete... ...gehe ich hier noch rein... ...und schnappe mir... ...die Manuskriptseite... ...uncooles Geräusch. Aber die Tür ist, glaube ich, zugegangen einfach nur. Wake wird von Vögeln angegriffen. Naja. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kam. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in hundert tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Okay, wir merken uns. Wir können Vögel besiegen mit der Taschenlampe. Eine Schrotflinte. Ausgezeichnet. Es waren nur zwei Schuss. Aber besser als nichts. Aber wir bleiben erstmal bei der Waffe, bei der Pistole. Beim Revolver. Weil wir haben dafür Munition. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, ich weiß auch schon was. Wie gesagt, wir müssen nur eine Brücke bauen. So simpel ist es eigentlich auch schon. Dann bewegen wir mal unsere Hüften hier. Unsere Schreiberlingstelzen. Und das ist eine Lampe. Das ist eigentlich gut. Wir holen uns noch die Munition erstmal. Wir wollen ja gut gerüstet sein. Jetzt haben wir die ganze Munition aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, wie ich in so einer Packung drin bin. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Wir können sie bewegen. Wir können sie bewegen. Können wir sie... Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Das reicht. Hoffentlich. Jetzt müssen wir hier noch hochklettern. Und dieser Karl Stucky, der steckt hier auch noch irgendwo im Detail. Über sieben Brücken musst du Stämmen gehen. Und ich fall daneben, weil ich bin zu blöd zum Springen. Das liegt aber nur an der Schulter. Wechselung, weiß ich nicht. Ist ein bisschen die Steuerung. Gerade laufen ist hier schwer. Und es fällt mir immer mehr schwerer. Jetzt schaffen wir das aber. Das machen wir mal ein bisschen greater. Wow, wow. Ach, das schwankt. Das ist ja lustig. Ist ja cool gemacht. Aber wir haben es geschafft. Wie gesagt. Ich glaube, da liegt noch irgendwas auf dem Tisch. Schauen wir uns mal an. Vielleicht ist das Schrotflinten-Munition. Die Tankstelle erreichen. Wenn wir die Tankstelle erreichen, haben wir es so gut wie geschafft. Nein, es sind einfach nur Dosen. Dosen aus Stahl. Na toll. Zwei Schuss für umsonst. Naja. Kann man ja nicht sehen.